und man merkt dass die schaufel ist schon halb kaputt wie lange hat die andere gehalten da haben wir schon in der wüste jede menge gefahren hier drunter scheint irgendwo eine große höhle zu sein man hört es Inventor auch schon fast voll das ging jetzt ja doch flott dann schauen wir doch mal dass wir schon mal hier die vier in glatte umgewandelt kriegen so dann gucken wir mal wie weit wir damit kommen Perfekt so den nächsten stack den werden wir dann hier dran setzen und dann quasi so so jep wir haben jetzt noch über einen stack über das heißt das wird mit vier stacks hier locker ausgehen hier könnten wir später noch überlegen ob man da nicht noch was weiß ich drauf stellt Holzzäune oder irgendwas anderes auf jeden Fall hier oben kommt ja wie gesagt das hatten wir ja gerade schon besprochen wie ich das haben möchte Lassen wir jetzt wieder also das bleibt hier oben ich also hier oben das ist das ist Na, komm. Matsch. Auf den letzten paar Meter noch ins Wasser gefallen. Aber alles positiv sehen, zumindest war dort Wasser. Also könnte ich jetzt wirklich langsam mal die kernen hier. So. Was sehen wir dann? Wupp, da. Wir machen auf der Seite das parallel quasi. So. So, da wir ja ein bisschen mehr über haben. Hier machen wir es nicht solide. Ja. Und so. Und dasselbe dann nochmal auf der Seite. Habe ich das bis dahin durchgezogen? Ja. Man sieht komplett kein Holz. Und damit ist das hier fertig umrandet. Und jetzt kommt der letzte Schritt. Für den letzten Schritt brauche ich noch mehr Sandsteinen. Wandeln wir mal fast alles um. So, erstmal in Halbsteine. Du wirst zu Treppen. Und ja. Du wirst erstmal liegen. Jetzt wünschte ich, ich hätte meine Glowstones dabei. So. Das fängt dann auch direkt hier an. So. Dann so. Und so. Dann kommt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Zack. Und zack. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Zack. Und zack. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und zack. Und zack. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Zack. Nein, 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 nein. So nicht. Und. So. Und so. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Zack. Zack. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das gefällt mir jetzt hier nicht. Das machen wir so wie auf der anderen Seite. Auch wenn dann der Abstand hier etwas kürzer ist. Sieht dann einfach gleichmäßiger aus. Und zack. Wie viele sind hier zwischen. Gucken wir einfach mal. Hier ist die Lücke. Der Vorteil ist jetzt, selbst wenn ich jetzt keine Glowstones da reinpacken würde. 3, 4, 5, 6, 7. Würde quasi die Brücke nicht vom Monstern heimgesucht werden. Außer jetzt in den Lücken quasi. Weil wir nämlich dafür gesorgt haben, dass überall Halbsteine und Treppen liegen. Das ist jetzt natürlich nicht gut. Ne, passt doch. Oh, der ist falsch. Jetzt habe ich 2 hingesetzt. Okay. Ich nehme alles zurück. Das heißt, hätten wir hier nur einen hingesetzt, wäre das da drüben sogar ausgegangen. Oh. Ach, egal. Wie viele Glowstones brauchen wir jetzt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14 Stück. Dann bauen wir noch hier das kleine Häuschen hin. Das wird relativ simpel im Vergleich zum Rest. Und dann heißt das noch einen ziemlich langen Weg bauen. Obwohl, den Weg lassen wir erstmal, weil... Ich weiß noch nicht, was hier hinkommt. Was ich auf jeden Fall weiß, ist, dass hier irgendwo dann die Monster-Farm hinkommt. Also recht abseits des Weges. Da, wo die Bäume jetzt stehen. So halb auch in dem Berg drin. Und die Glowstones werden uns irgendwann ausgehen. Ich sag's euch. Dann müssen wir wieder Kürbisse verwenden. Ach. Aber nicht so schnell. So, jetzt bauen wir das Ding zu Ende. Okay. Ich sage mal. Ich sage mal. Ja, was mir jetzt nicht gefällt, das sind halt Die Ränder Könnten wir noch was dran tun Sieht noch sehr klobig aus halt Äh Zumindest vom Weiten Das heißt, der kommt weg, der kommt weg, der kommt weg, der kommt weg, der kommt weg Und der kommt auch weg mit dem hier Äh, der hätte bleiben dürfen Dann wird es dort etwas dünner aussehen und da kommen dann einfach Zäune drauf Ja Oder wir machen das auch so mit Halbsteinen und Treppen Passen das quasi dem Rest an Nee So 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 und so Und batsch Habe ich noch Dreck dabei, danke Einmal hochbauen, bitte So Bisschen unsauber Wie könnte man das sonst machen Lasst mich kurz überlegen Eins Zwei Eins Wir brauchen hier eh Fackeln Oder wollen wir gleich Kürbisse dafür nehmen Zumindest für die Ränder Kürbisse Machen wir es einheitlich Auf zur Kürbisernte Juhu Nach außen leuchten wir jetzt natürlich ganz edel, wenn wir das hinkriegen Sieht das denn so besser aus? Hm, von hier sieht man schon nicht mehr Wir haben auch noch den Untergrund von der Kirche, den wir mal irgendwann ausbauen müssen Es geht mir jetzt übrigens darum, klar habe ich genug Glowstones dabei Aber wenn wir da jetzt wirklich 30 Stück dran verpappen Dann haben wir nachher für Projekte, wo Kürbisse absolut beschissen aussehen Und wo man sie auch gar nicht gut gesetzt kriegt Zum Beispiel irgendwo an Decken Dafür haben wir dann keine mehr Und wir wissen ja dadurch, dass wir wahrscheinlich MCMMO nicht mehr kriegen werden Bei der Fortschrittsgeschwindigkeit Deshalb ja auch die Idee mit den unzerstörbaren Tools als Ausgleich dafür Dann